servus freunde eure shisha wg wieder für euch hier wir bringen euch das nächste tabak review wir haben wieder ein chaos am start und zwar haben wir heute den btf oder ausgesprochen wohl den what the fuck 200 gramm kosten 14 euro 90 kommen in dieser schönen verpackung die wir euch wie immer wieder einblenden da seht ihr auch direkt den schnitt und da verliere ich jetzt auch noch ein paar worte zu der schnitt ist chaos typisch ziemlich fein lässt sich auf jeden fall sehr sehr angenehm für den kopfbau benutzen sind keine ästchen drin und die feuchtigkeit ist top und ich würde sagen der war noch weiter mit dem geruch gerne also zum geruch von dem tabak kann man ganz klar sagen es riecht sehr sehr cremig vanillig dazu noch so eine leichte tropische frucht brise nicht minze brise man riecht auch klar die mango raus finde ich passions frucht ich muss ehrlich sagen ich weiß nicht so einen ticken finde ich schon nicht viel aber also wenn man halt die frucht so riecht dann klar eine mango auf jeden fall das cremige von der vanille kommt auch sehr gut durch und ich finde es hat aber noch so einen hauch von einer anderen frucht und das würde ich dann als passions frucht interpretieren ich wüsste auch jetzt nicht wie das genau riecht also wollte ich sagen also eigentlich ich weiß jetzt nicht wie eine passions frucht riecht ja aber es riecht auf jeden fall ziemlich 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 gut und ja dann können wir jetzt mal zum rauch direkt bekommen würde ich sagen genau ziehen wir noch ein paar mal damit ihr das schön seht also zum geschmack können wir definitiv sagen erstmal rauch oder zum rauch ja ja gut dann kommen wir erstmal zum rauch es raucht ziemlich gut ja aber ist ja aus üblich also genau so voll aber wenn der tabak ist hätte ich nichts anderes erwartet chaos raucht immer super also bei dem tabak kann man nie was falsch machen vielleicht bei den geschmacksrichtungen die einem so zu sagen oder nicht aber vom rauch her ist es einfach immer top ja finde ich auch dann können wir jetzt endlich zum geschmack kommen jetzt können wir zum geschmack kommen ich muss sagen ich bin nicht ganz so ein großer fan davon dieses cremige habe ich mir irgendwie ein bisschen geiler vorgestellt als es wirklich ist aber ich glaube das ist eine sehr sehr große ja präferenz weil ich ja ich mag dieses vanillige einfach nicht in einem tabak ja ich glaube auch da muss man einfach der typ zu sein ich bin da auch eher ganz klassisch wie die meisten shisha raucher ich stehe auf fruchtige sorten meistens noch mit ein bisschen minze dabei dass das ganze schön frisch wird cremige sachen mag ich auch eher selten aber zu meiner überraschung muss ich beim chaos what the fuck sagen dass der mir überraschend gut schmeckt also ich war du wolltest den ja haben ich wollte den test haben und ich war eher so da so vanille mit drin sein ich weiß ja nicht so und im endeffekt schmeckt er mir jetzt besser als dir ja das stimmt auf jeden fall also ich wollte ihn unbedingt probieren wir haben poster und dann dachte ich mir so hey klingt eigentlich ziemlich geil müssen wir mal unbedingt ausprobieren aber ich wurde leider enttäuscht du wurdest überrascht also ja es hat immer seine positiven und negativen also ich würde durchaus nicht ausschließen mir davon noch eine dose zu holen obwohl es cremig ist und obwohl ich cremige tabak sorten meistens nicht mag ich glaube der einzige cremige tabak den ich außer diesen noch feier ist der pistachio breeze von social smoke ja und da ist man halt mal doppelt so viel geld los und das ist genau der punkt ich mag es zum beispiel nicht ich habe den auf der shisha messe geraucht ich fand ihn jetzt nicht so super deswegen ja du findest es anscheinend doch ganz gut ja die meisten sollten nicht die meisten sollten nicht aber den speziell mag ich lieber als ich es gedacht hätte ja ja also nur schmecker also ja geschmecker sind verschieden und deswegen deswegen machen wir auch das damit ihr das vielleicht halbwegs ne wisst irgendwann was uns schmeckt was euch schmeckt wenn das sich überlagert so dann könnt ihr meistens auch sagen hey wenn der kopf und schmeckt schmeckt er vielleicht auch euch ja ja deswegen würde ich auch sagen bei der benotung ist es auch ziemlich schwer meiner meinung nach ja geschmäcker sind verschieden deswegen würde ich ganz knapp den tabak fünf sterne geben weil ich zwar nicht toll finde aber einige von euch bestimmte tabak feiern oder mögen deswegen fünf sterne und ja dabei bleibt ja ich würde sagen sieben also ich finde wirklich überraschend gut für einen cremigen tabak wie gesagt und ja treffen uns bei sechs sternen ja also wenn euch cremige sorten generell gut schmecken dann könnte ich mir wirklich gut vorstellen dass der euch extrem gut schmeckt wenn ihr eher so auf der fruchtigen seite seid vielleicht ist es mal ein cremiger tabak der euch auch überzeugen kann wer weiß kaufempfehlung geht auf jeden fall raus könnt ihr gerne mal testen chaos typisch ist das ganze auch um den geschmack rum top und von daher ja guter tabak guter tabak auf jeden fall nur geschmackssache auf jeden fall deswegen sechs sterne ja und wenn es euch gefallen hat lasst uns doch gerne ein däumchen nach oben oder ein abo da könnt ihr hier in der mitte oder unten vor der infobox draufklicken und ansonsten wünschen wir euch guten rauch und sehen euch hoffentlich im nächsten video wieder bis dahin macht's gut eure shisha wg